Hallo, hallo! Hier ein kurzes Video und zwar zum Thema Panorama-Fotografie beziehungsweise ja, Weitwinkel-Fotografie, Projekt-Weitwinkel-Fotografie ist es eigentlich. Ich habe mir mal vor einiger Zeit ein Weitwinkel-Objektiv zugelegt, die braucht für dich ein passendes zu deiner Kamera, Vollformat, APS-C, je nachdem welchen Kameratyp du hast und welchen Kamerahersteller und ja, habe damit experimentiert. Und zwar habe ich mich mal selbst an der Hand genommen und wie ich sonst immer zu Workshop teilnehme und sage, ja, experimentiert, probiert, versucht Sachen, macht mal was Ungewöhnliches, habe ich das auch ein Jahr lang gemacht. Und zwar habe ich versucht, 365 Aufnahmen, jeden Tag eines, mit meinem Weitwinkel-Objektiv zu machen. Das war ein 8mm Objektiv und das war ganz schön tricky. Von, ja, hat ganz gut funktioniert bis total daneben. Einfach ausprobieren, einfach testen, schauen was rauskommt. Und ja, das Interessante war, ich musste viel näher ran, als ich dachte, also auch die Beine bewegen und habe sehr viel auch dabei gelernt. Das Ganze habe ich in einem Blogartikel zusammengeschrieben, auch die Fotos dazugegeben, ein Video noch mit den Fotos hinzugegeben und so weiter. Ja, schaust dir an, schau einfach auf meinem Blog vorbei. Und ja, das ist das erste Testvideo mit dem DJI Osmo Mobile Things Bombs Zeugs. Schreibe ich auch noch was drüber. Und jetzt teste ich gerade das Tracking. Funktioniert ziemlich cool. Okay, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Papa.